Jetzt gucken wir mal nach, ob es irgendwie mal beim Rüstungshändler neue Ware gibt und beim Waffenhändler vielleicht auch. Ah ok, dahinten sind nur fliegende Inseln, ok. Hui, hallo. Alter, was brennt denn hier? Ich glaube, deiner Puppe geht es schlecht. Ich glaube, Harkon hau schon auf die Schnauze. Ich glaube nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Ich will was klauen. Ich habe gerade keine Zeit. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Bringen wir etwas bei. Ja. Hm. Okay. Er kann mir etwas beibringen, aber das bringt man nicht. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blashäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrot eingeschlossen. Mutanten, ja. Die... An sich, wenn sie es überleben, den Entzug, nein. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Pah! Ein voll ausgebildeter Alp-Kommander, oder gar ein Elexetor, mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alpkommanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Kampfmagie, okay, ich muss mich also doch mal eher auf die Kampfmagie drauf einschießen. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Wenn ich das tue, dann nicht für einen Hungerlohn. Warum glaubst du, dass ich in dieser Angelegenheit mit mir handeln lasse? Weil es einen Unterschied macht, ob man Pestratten jagt oder Alps. Na schön. Hört sich an, als verstehst du dein Handwerk. Also, pass auf. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihrer Leichen herumgezerrt. So, dass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf drei Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Das Problem ist jetzt, ich brauche jetzt so einen Gefährten, der mir hilft dabei. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbanden nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Okay. Alles klar. Das Problem ist trotzdem, ich brauche erstmal neue Ausrüstung, um die Kämpfe zu bestehen. Weil ich bin jetzt nur noch für mich alleine. Und das missfällt mir ein bisschen. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Boah, keine Ausrüstung. Nur Schwerter. Okay, das ist mir mal. Oh, das war jetzt schön. Jetzt könnte ich hoffentlich mal ein bisschen mehr die Kämpfe abhalten mit dem Schild. Irgendwann will ich mal hier zu Zweihand-Waffen umwechseln. Wir müssen sogar mal eins noch ins Weiterversetzen. Heilung. Nee, Quark. Genau, Tränke. Genau. Echtiger Heiltrank. Heiltrank. Mano. Strax. Heiltrank. Oh je. Ich habe auch nicht mal viele Heiltränke. Jetzt werden wir zum Schild- und Axtkämpfer. Wir sind Barbaren. Achso, ich muss erstmal wieder meinen Helm ausrüsten. Weil da hat schon ein bisschen was auf Rüstung. Rüstung plus drei. Keine Rüstung und sechster Sinn. Sechster Sinn, müsste ich erstmal überlegen was das war oder was das überhaupt ist. Jetzt haben wir immer noch die Frau gefunden. Und ich muss noch herausfinden wie ich den... Waffe weg, klar? Ich das wechseln. Ja. Steck die Waffe ein. Du bist gar nicht so dumm. Steck das Ding weg. Bist ja doch nicht so blöd. Ah, siehst du... Seht ihr, das wollte ich eigentlich hier auch mal klären. Wie ich das ausschalten kann. Das war jetzt auch schon mittlerweile mindestens zwei, drei Folgen her. Oder wenn nicht sogar nur eine. Wo ist die Frau? Mit die mache ich kurzen Prozess. Entschuldigung. Ein Kaff... Oh! Oh! Ich will auch so eine Klinge haben. Ich habe mich doch entschuldigt. Vor allem, wie hat die das gesehen? Durch die Wand, durch. Ich bin begeistert. Wow, was ist das? In der Wüste? Ich werde hier teilweise von diesen Ladebildern gespoilert ohne Ende. Äh, ja. Gucken wir erstmal nach. Vielleicht schaffen wir doch diese... Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemanden etwas. Gucken wir mal kurz. Na gut. Gucken wir mal kurz. Bäh, wirklich dorthin. Das gefällt mir mal ja nicht Wie gesagt, ich bin jetzt alleine Und ich denke mal, das wird mir richtig zum Verhängnis jetzt werden, dass Duras nicht mehr unter uns weilt oder mir nicht mehr behilflich sein kann Zum Quatschen fehlt mir die Zeit So ein arroganter Fatzke Der Schild mit der Wurzel, der sieht richtig cool aus Dann suchen wir mal im Federviel Nein, in diesem Tal Nach Gegnern, die wir auch besiegen können Weil die meisten haben unendlich Angst, hier zu sein Ich persönlich auch Also da schült der Ich würde mal nicht sagen, der hilft gar nicht, aber prall ist der nicht Ein Unterstück Reisetagebuch Na, Hacke Also muss es hier auch ein Feld geben, rein theoretisch Nur, aber nur theoretisch Mit dem Vieh will ich mich nie anlegen Ist hier da eine Straßenlaterne? Und schon wieder Ich habe keinen Doppelklick gemacht Und der springt einfach mal so bekloppt rum Mana? Wie kommt denn hier Mana hin? Noch mehr Mana? Ist das ein Weltenherz? Ist das ein Weltenherz? Ist das ein Weltenherz? Was ist das? Da sind die Alps. Gegen den Tunnelabschnitt. Gegen den Tunnelabschnitt. Alter, was ist denn das für ein Wesen? Totenkopf? Definitiv Totenkopf. Stalker. Nicht so. Ich habe wirklich, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass ich Angriffe auf die überleben könnte. Gift. Gift. Oh, hat er jetzt den Schiff weggepackt? Also ein Netzoil habe ich gefunden. Nur weil es sind drei Gegner. Und ich habe immer noch keine bessere Ausrüstung. Könnte ich so eine Waffe benutzen von den Alps. Was ist das denn eine Fernkampfwaffe? Würde ich versuchen, die aus der Ferne zu bekämpfen. Aber leider kann ich das leider nicht. Also dort oben getroffen mit welcher. Definitiv. Hab ich gesagt, es ist ganz, ganz schwer, die Quests abzuschließen. Weil man einfach gar nicht kann. Und die Gegner sind schon relativ stark bewandert. Achso, ich wollte mal gucken, ob ich jetzt überhaupt Heiltränke herstellen kann. Ich habe ja so ein Rezept jetzt bekommen. Ne, das war es nicht. Ne, vorne die Mission. Ach, Chemie brauche ich eins. Das bringt mir ohne hilf hier. Okay. Oh, ich habe ja schon wieder zehn Punkte. 50. Okay, okay, okay. Ich habe zehn Punkte. Ach, genau. Lernpunkt habe ich gar keinen. Verdammt. Alexi habe ich auch wieder keines. Okay, okay. 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 Ich kann es ja maximal mal versuchen, aber ich gebe mir dann die 100% die Chancen, dass ich das überleben werde gegen die drei Alps. Weil ich kann ja erstmal den Kampf mal versuchen gegen Dutfi. Warte mal, das ist schon mal ernst. Scheiße. Ich kann sie egal wie schnell rennen. Kannst du machen was du willst. Es ist einfach nicht in der Ordnung. Du brauchst also den Alps überhaupt nicht versuchen. Ich verzweifle echt in welcher Hinsicht ich da irgendwie Quests machen kann, wenn ich eigentlich gar keine Quests erfüllen kann. Ich weiß es, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich da jetzt machen kann. Ich weiß es nicht. 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 Aber ich werde mit euch… Ich werde gleich hier den nächsten Ladebildschirm sehen, weil ich wieder verstorben bin. jetzt gehen wir da lang ehrlich jetzt selbst ich persönlich wurde nie gleich fast mein halbes leben verlieren weil ich darunter gejumpt bin so der roboter kann mich aber kreuzweise kommt er mir jetzt hinterher da habe ich doch noch die waffe bekommen na schön Schrank hoch ja klar das hat wenigstens geklappt jetzt finde ich mal okay eigentlich nie eigentlich finde ich das überhaupt nie okay das hat jetzt auch nicht großartig mit Spielen zu tun das hat ja einfach wirklich was mit immer wieder wegrennen zu tun und ach die Heilige hat man ja oben an meinem Lebensbalken gesehen ich kriege einen Schlag ab und bin fast tot und so kann man eigentlich gar nicht spielen also so kann man eigentlich nicht spielen hier deine Waffe endlich jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen in Zukunft werde ich sicher besser auf sie aufpassen und meine Belohnung ihr mehr kann ich leider nicht locker machen die Zeiten sind hart sieh diesen Splitter als Symbol für meine Dankbarkeit an zum Quatschen fehlt mir die Zeit hm aber das kannst du wenigstens beim Vorbeilaufen sagen zum Quatschen fehlt mir die Zeit komische Leute diese Converter sind unmenschlich gut wenn sie stillgelegt sind gut wenn sie stillgelegt sind irgendwo war da noch der Änder wo ich auch mit ihm reden konnte hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt ja es lief nicht ganz wie geplant jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt willst du mich auf den Arm nehmen ich benötige sie Corinne ebenfalls und essen wird er sie nicht nun gut dennoch bin ich unzufrieden er hatte seine Chance und es war dein Auftrag aber sei es wie es will ich habe zu tun Technik wir können darauf verzichten und Spielzeugauto ich habe Spielzeugdiener hilft das uns auch weiter ein Hammer ja erkunden wir ihn noch ein bisschen hier wiii Heiltrank Fell wir reden später ja wirklich? über was denn? das ist sein Problem, nicht meins so, ich muss auch wieder los das kann ich mir nicht vorstellen die da oben werden das schon regeln aha was ist mir los? du verkaufst doch gewisse Dinge ah ein kleiner Handel gefällig ich suche etwas ganz spezielles wenn die Kasse stimmt kann ich dir sicher helfen das wollte ich hören also ich will eine Laserwaffe haben diese Dinger die die Kleriker haben hatte vor kurzem selbst eine aber du kennst ja Harkon naja besorg mir einfach drei Stück okay? sag mal spinnst du? hau bloß ab aber du hast doch brauchst du erst einen Arschtritt du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals verzieh dich daneben nicht du Feigling war's gut na nu dich habe ich hier ja noch nie gesehen hm irgendwann ist immer das erste Mal exakt aber warte mal du bist anders und anders bedeutet sprich dich aus naja anders bedeutet dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen mit was komm zur Sache schon gut schon gut also ich erkenne das Potenzial in dir aber lass mich deine Zweifel zerstreuen ich bin Alrik und wie du sicher zutreffend festgestellt hast gehöre ich den Berserkern an genau genommen dem Clan der Nebelkrähen du könntest dich jetzt fragen warum ich dir das erzähle anstatt zu arbeiten nun weil es meine Arbeit ist mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen was ich tue was genau tust du gut das Eis ist gebrochen gehen wir ins Detail ich bin Händler immer auf der Suche nach der nächsten Rarität Rarität? ja Dinge die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind nach dem Dino als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit aber das nur ganz nebenbei erwähnt du suchst also Raritäten Gold richtig ich will mich mal so ausdrücken in der Stadt fällt jede Menge Arbeit an und da müssen auch viele Dinge beschafft werden die natürlich wenn es nach den Warlords geht nicht verloren gehen dürfen aber sollte dem doch so sein würden wir beide davon profitieren so einfach ist das wegen der Raritäten ja wo liegt der Haken? du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit da gibt es keinen Haken verkauf mich nicht für dumm na schön natürlich gibt es einen dem ein oder anderen wird hier sicher nicht gefallen wenn du mir das Zeug bringst das für ihn bestimmt war aber was macht das schon du siehst nicht aus als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen sind sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Albausrüstungsgegenstände aufgetaucht? hm das wäre schon ziemlich heiße Ware mein Freund eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt der auf der Suche nach einem Outlaw war also wenn du hier länger überleben willst dann hältst du dich besser von so etwas fern ich muss aber sowas was genau suchst du? nun ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten und Born beauftragt nicht jeden mit dem abernten weiter? nichts weiter behalte lediglich im Hinterkopf dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er Born hat die Heilwurzeln schon oh na dann nichts für ungut wonach bist du sonst noch auf der Suche? du kennst doch sicher Jorah den Werker beim Schlund ja ich bin mir ziemlich sicher dass er bald wieder jemanden losschickt Elexhaltiges Zeug zu sammeln und ich denke er hat schon genug von dem Zeug ich hingegen? schon verstanden du willst dass ich dir das Zeug bringe genau sprich mit ihm wenn du die Einzelheiten wissen willst daraus wird nichts die Maschinenteile haben bereits einen Eigentümer da war ich wohl zu spät da kann man nichts machen was interessiert dich sonst noch? dir ist mit Sicherheit schon der Mana Schrein aufgefallen oder? dieses riesen Ding hier in der Mitte von Goliath ja das ist schwer zu übersehen den Typen kannst du einfach nur schauen dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein wenn du es allerdings schaffst an ein paar von diesen Elex Paketen zu kommen ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen zu spät ich hätte an welches rankommen können das klingt nicht gut es ist jetzt allerdings in anderen Händen ach verdammt wär auch zu schön gewesen naja da kann man da wohl nichts machen hast du noch etwas auf der Liste? nein ich denke das war vorerst alles wenn mir noch etwas einfällt lass ich es dich wissen hast du auch einen speziellen Wunsch? alle Sachen die du mir bringst sind speziell ich dachte eher an etwas außer der Reihe ach so ich weiß nicht ob ich dir die Sache anvertrauen kann sie ist etwas heikel rück schon raus mit der Sprache na schön also Ragnar der große Boss hier hat etwas von großem Wert für mich ein Schwert aber nicht irgendeins es ist das Schwert von Erik Eisenfaust Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger den die Berserker hervorgebracht haben man sagt ihm nach dass er vor einem halben Jahrhundert ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat ich für meinen Teil glaube zwar dass das Schwachsinn ist aber das ändert nichts daran dass die Berserker sich allem überlegen fühlen einige nennen ihn sogar Ahnenvater wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat weiß dass das Mumpitz ist immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist ich besorge dir das Schwert das wollte ich hören pass aber auf dass dich niemand erwischt wenn doch legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell also schnell rein und wieder raus keine Spielchen verstanden? ich mach das schon gut ich kratz derweil deine Belohnung zusammen mit welchen Gegenständen handelst du? alles mögliche besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber warum? sagen wir der Einfachheit halber ich bin Sammler meine Auswahl ist allerdings begrenzt schließlich sind wir in Goliath solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten darf ich nicht über die Stränge schlagen für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern Alter bring mir etwas bei wie du willst also mit dem Typen musst du mordrig vorsichtig umgehen wie gesagt er ist ein Bandit Hacken 0 1 0 0 0 0 1 0 1 was schön ok oh das ist auch schön such jemand anderen zum reden wo ist denn der andere hin? ich hatte vorhin Stromberg gelesen aber das war nicht Stromberg du bist doch der Kerl der über die Technik wacht das bin ich und wenn mich nicht alles täuscht gehörst du den Jägern an genau du hast also draußen etwas gefunden was du jetzt bei mir abgeben möchtest verstehe nein im Gegenteil mir kam eine richtig gute Idee du hast doch sicher diese Energiewaffen wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen dann ah ja ich sehe schon worauf du hinaus willst aber hier ist nicht der richtige Ort das zu besprechen triff mich in ein paar Stunden in der Taverne endlich jemand mit Vernunft bis nachher die Zeche geht auf mich Technik ha wir können darauf verzichten wir können darauf verzichten gehen wir mal in die Taverne wir lauschen mal weiter in das Gespräch äh habe ich jetzt bis abends geschlafen machen wir bis Mitternacht so jetzt sollte der oben in der Taverne sein richtig hä hä war da was? ich warf ne naja ich muss da mal naja ich muss da mal ein Tag weißt du da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör und was genau wolltest du das wirst du schon bald merken endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen wurde auch Zeit dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unter Mintern ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge hier gönnt ihr auch ein oder zwei wir reden später weiter da ist er selbst dran schuld ähm das könnte dann das Ende sein auf mich hört ja keiner damals wäre er dafür nicht bestraft worden ich bin jetzt total wieder verwirrt haben die jetzt schon miteinander gesprochen ah der liegt im Bett Technik wir können darauf verzichten ich hab ja diese bekloppten beknackten Energiewaffen aber irgendwie ja ich hurra freu dich ich will damit nichts zu tun naja bist du dir da wirklich sicher das kann ich mir nicht vorstellen eine neue Zeit bricht an mein Freund verlass dich drauf das nenne ich gefährliches Halbwissen hau rein ich bin mal weg ich glaube ich könnte jetzt hier 5 Stunden da sitzen und hoffen dass der kommt aber der lag ja gerade eben schon im Bett erst mal Pause machen höre nicht auf diesen albernen Kack die da oben werden das schon regeln ist das dein Ernst ich bin ein bisschen verwirrt kommt das jetzt hier zu einem gespräch oder nicht wirklich einfach abgehauen ist der Hurensohn bist du dir da wirklich sicher ich verstehe das nicht äh war da was? war da was? wir sehen uns später wir müssen einfach etwas dagegen machen frag mich nicht was das soll nur am Saufen ich habe irgendwie das Gefühl dass so eine Quest die hier irgendwie offen bleibt wir sehen uns später oh er ist nie da lass mich eine neue Zeit bricht an mein Freund verlass dich drauf sei lieber still der war immer noch nie da was ist denn denn? kommt der jetzt noch oder kommt der jetzt nicht? oh nein gerade nicht hallo nein gerade nicht naja und dann nach Wache der 12 Uhr und alles ist still Technik wir können darauf verzichten wenn es gleich so weiter geht aber knacke ich einfach die Wache mal ja naja verknacke ich die jetzt mal eilig ist mir auch egal wegen der Raritäten ja kannst du diese Waffen gebrochen? ja bist du denn verrückt? das ist ja Zeug von den Klerikern ich habe dir zwar gesagt ich sammle Raritäten aber das ist sogar mir zu heiß wenn ich mit dem Zeug erwischt werde kann ich mir gleich eine Grube ausheben ich gebe dir einen guten Rat wer das Zeug so schnell es geht los und hier hast du ein paar Splitter damit du vergisst dass wir überhaupt darüber geredet haben hm so gehts auch ich bin dann mal weg ich bin dann mal weg triff mich in ein paar Stunden in der Taverne pünktlich wie immer eine neue Zeit bricht an mein Freund verlass dich drauf oh man das ist das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel für mein armes kleines Gehirn naja auch ja das wars dann auch schon wieder für die Runde